Die Zaubernummer oder Magie vom Jakob war ganz nett. Es war ein bisschen frisch-spritzig, aber eigentlich muss ich sagen, mich hat das jetzt nicht vom Hocker gerissen. Das war eher langweilig. Da gibt's Sachen, die sind um einiges besser. Und dass die Supertalent-Jury das jetzt hier so toll und super fand, finde ich fragwürdig. Warum? Im letzten Jahr gab's natürlich auch Magier und da wurden professionelle Magier eingeladen und dann absichtlich so schlecht dargestellt, dass es dann zu sehen war, wie der Trick funktionierte. Und dann regte sich die Jury darüber auf, dass man sehen konnte, wie der Trick funktioniert. Und hier auf einmal bei einer, ich sag mal, Standard-Show, da ist es dann super und toll.